Gott löst dieses Vakuum der Liebe und sagt, ich liebe dich. Jetzt gibt es aber noch das zweite Problem, aber das löst Gott auch. Denn er sagt, er sagt, und da kommt jetzt diese Geschichte wieder hoch, die ihr zum Anfang gehört habt, denn das, was wirklich für den Verbrecher ein glücklicher Zufall war, der am Anfang einen Mord...